Die meisten Kinder lieben es, alle ihre Spielsachen weiträumig auf dem Boden des Kinderzimmers auszubreiten. Damit es die Jungs und Mädchen bequemer und im Winter wärmer haben, suchen viele Eltern eine weiche Unterlage für den harten Boden. Als Alternative zu einem regulären Teppich bietet sich dafür ein Spielteppich an. Auf ihnen sind entweder Straßen aufgedruckt, über die der Nachwuchs seine Spielzeugautos sausen lassen kann. Das erhöht den Spielspaß. Oder der Teppich zeigt einen Bauernhof, einen Zoo, eine Wasserlandschaft oder ein kindgerechtes Spiel wie Mensch ärgere dich nicht und wird so zur Spielwiese. Spielteppiche sind meist kurzflorig, damit die Räder der Spielzeugautos gut rollen können und Bauklötze einigermaßen gerade stehen und es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Formen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist House of Kids Bauernhof Spielteppich. Der House of Kids Bauernhof Spielteppich ist 130 x 180 cm groß, auf der Oberseite ist eine Farmregion aufgedruckt, die diverse Wirtschaftsgebäude wie einen Tierstall und einen Heuschuppen zeigt. Die Oberfläche soll weich sein, um den Kindern ein komfortables und bequemes Spielen zu ermöglichen. Der Spielteppich hat Straßen, die bis zum Rand reichen. Bei Bedarf lässt sich der Straßenteppich mit einer zweiten Unterlage des Herstellers erweitern, weil die Straßenanordnung ein Zusammenfügen erlaubt. Die Oberfläche des Spielteppichs besteht aus Polyester, das nach Herstellerangaben sehr weich ist. Die Unterseite ist mit Gumminoppen versehen, die für einen Anti-Rutscheffekt sorgen sollen. House of Kids zufolge ist das Produkt gut geeignet, um es auf einem empfindlichen Boden mit Fußbodenheizung zu verwenden. Was ist Polyester? Polyester ist eine synthetische Kunstfaser, die auf einem Kunststoff aufbaut. PET-Flaschen, Laminierfolien oder einige Harze bestehen aus Polyester. Der Stoff ist oft wasserfest, hat eine gute Flexibilität und ist aufgrund der Kunstfasern strapazierfähig. Polyester kommt oft für Spielteppiche zum Einsatz, weil das Material scheuerbeständig, pflegeleicht und preiswert ist. Das zweite Produkt ist Hevo Stadtmix Spielteppich. Die Spielfläche des Hevo Stadtmix Spielteppichs ist 145 x 200 cm groß und zeigt eine Stadt mit Gebäuden und Straßen für einen erhöhten Spielspaß. Das Modell ist auch in anderen Größen und Formen erhältlich. Der Teppich besteht aus Polyamid und soll strapazierfähig und schalldämmend sein. Fein gekettelte Ränder sorgen laut Hevo für einen sauberen Abschluss und verhindern ein Ausfranzen des Teppichs. Der Stadtmix Spielteppich ist nach Herstellerangaben lichtecht. Das heißt, das Material bleicht auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht aus. Das ermöglicht eine Verwendung im Freien. Darüber hinaus ist der Teppich laut Hersteller antistatisch und lädt sich nicht auf. Auf der Unterseite ist der Kinderspielteppich aus dem Vergleich mit einem Prägerücken ausgestattet, der eine Antirutschwirkung haben und den Boden schonen soll. Der Teppich eignet sich für Räume mit Fußbodenheizung und für empfindliche Böden. Der pflegeleichte Teppich ist schadstoffgeprüft, er weist ein Gutsiegel und das Zertifikat von Standard 100 bei Ökotex auf. Was ist der Standard 100 bei Ökotex? Das ist ein einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem. Produkte werden von Experten auf Schadstoffe wie Pestizide oder krebsauslösende Farbstoffe geprüft. Liegt der Schadstoffgehalt unter den Grenzwerten, erhält das Produkt das Zertifikat. Es gibt vier Produktklassen, in denen die Tester beispielsweise zwischen Produkten für Babys und hautfernen Materialien unterscheiden. Der nächste Produkt in unserer Liste ist PrimaFloor Big City Spielteppich. Der PrimaFloor Big City Spielteppich ist 140 x 200 cm groß und 5 mm dick, er ist aus Polyamid hergestellt und soll antistatisch sein. Die Oberfläche ist dem Hersteller zufolge unempfindlich und pflegeleicht, Flecken und Schmutz sind abwischbar. Was ist Polyamid? Polyamide oder PA sind thermoplastische Kunststoffe, die sich bei hohen Temperaturen verformen lassen. Weil die Moleküle der Polyamide wie Ketten aufgebaut sind, hat das Material eine hohe Festigkeit und Zähigkeit. Deshalb kommt es oft als Konstruktionswerkstoff zum Einsatz. Weitere positive Eigenschaften sind die Beständigkeit gegenüber chemischen Mitteln, eine hohe Strapasierfähigkeit und Belastbarkeit. Typische Polyamidfasern sind Nylon oder Perlon. Dank der kurzflorigen Oberfläche können Spielzeugautos laut Hersteller gut auf dem Teppich fahren, ohne dass die Räder durchdrehen oder die Fahrzeuge stecken bleiben. Der Autoteppich dient auch als Kälteschutz auf kalten Böden. Eine Verwendung auf einem Untergrund mit Fußbodenheizung ist laut Hersteller ebenfalls möglich. Der Rücken des Teppichs besteht aus Textil und ist wenig rutschfest, weshalb der Hersteller zu einer Unterlage rät. Der Spielteppich von Primaflor zeigt eine große Stadt mit Gebäuden und Straßen, dazu gehören auch Details wie Kreisverkehre, Zebrastreifen, Grünanlagen oder U-Bahn-Stationen. Das Design soll die Kinder zu spielen animieren und die kindliche Fantasie anregen. Kinder können spielerisch erste Verkehrsregeln lernen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Jemenüe Spielteppich. Der Jemenüe Spielteppich hat keinen Motivaufdruck, sondern ist in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich. Der Teppich besteht aus Quadraten mit einer Größe von 30 x 30 cm, die zusammengesetzt und beliebig erweitert werden können. Der Lieferumfang umfasst 20 Quadrate. Die Quadrate sind einen Zentimeter dick und ergeben zusammengesetzt einen Teppich mit einer Größe von 142 x 114 cm. Vielseitig einsetzbar, der Spielteppich von Jemenüe ist geeignet als Krabbelunterlage für Babys und kann größere Kinder beim Spielen auf dem Boden vor Kälte schützen. Darüber hinaus lässt er sich von Erwachsenen beispielsweise als Juga-Matte nutzen. Der Spielteppich besteht aus Eva-Kunststoff und ist BPA-frei, PHTHALAT-frei und Bleifrei. Dem Hersteller zufolge sind die Matten weich und widerstandsfähig. Sie erfüllen die in den USA und Europa geforderten Sicherheitsstandards. Was ist Eva? Eva oder EWAG ist die Abkürzung für Ethylen-Vinylacetat-Copolymer. Der Kunststoff enthält keine Weichmacher und gilt als ungiftig und unbedenklich. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Snapstyle Little Village Spielteppich. Der Snapstyle Little Village Spielteppich ist in vielen unterschiedlichen Größen, wie 80 x 200 cm oder 400 x 400 cm, erhältlich. Das Modell ist 4 mm dick. Es zeigt ein kleines Dorf mit Häusern und Straßen. Details wie ein Fluss, Parkplätze, eine Kirche oder ein Krankenhaus wollen die Kinder zum Spielen animieren. Der Spielteppich aus dem Vergleich hat eine weiche Unterseite aus Vlies, die empfindliche Böden wie Parkett oder Laminat schonen soll. Die Verwendung auf einem Untergrund mit Fußbodenheizung ist möglich. Der Spielteppich besteht zu 100% aus Polyamid und ist laut Hersteller unempfindlich und pflegeleicht. Der Teppich soll keine Fusseln oder Flusen hinterlassen oder anziehen. Das Gewicht beläuft sich auf 900 g pro Quadratmeter. Der Teppich ist schadstoffgeprüft und mit einem Gutsiegel ausgestattet. Was ist das Gutsiegel? Die Abkürzung GUT steht für Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden. Ein Prüfinstitut kontrolliert die Teppiche in Bezug auf Geruchsneutralität und Schadstofffreiheit. Problematische Substanzen wie Pentachlorphenol dürfen nicht enthalten sein, für andere Substanzen ist ein Grenzwert festgelegt. Hat ein Spielteppich die Geruchs- und Schadstoffkontrolle bestanden, erhält er das Gutsiegel und gilt als sicher. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Carpet Studio Multicolor Spielteppich. Auf dem Carpet Studio Multicolor Spielteppich sind mehrere Straßen mit Zebrastreifen und Kreisverkehren, Bahngleise sowie verschiedene Gebäude abgebildet. Der Teppich ist 95 x 200 cm groß, andere Größen und Designs sind ebenfalls verfügbar. Je nach gewählter Größe des Teppichs kann das Motiv leicht variieren, weil es sich in gewissen Abständen wiederholt. Laut Carpet Studio ist der Spielteppich pflegeleicht. Er lässt sich einfach absaugen und ist für Staubsauger-Roboter geeignet. Im Falle hartnäckiger Flecken und starker Verschmutzungen ist es möglich, den Teppich bei 30 Grad Celsius in der Waschmaschine zu reinigen. Der Kinderteppich besteht aus Polyamid, er soll geruchslos und wasserfest sein. Der Teppich ist kindersicher und schadstoffgeprüft, mit einem Gutsiegel und einem Standard 100 bei Ökotex-Zertifikat ausgezeichnet. Ein starker Rand soll die Lebensdauer erhöhen und ein Ausfranzen verhindern. Der Rücken des Teppichs besteht aus Latex und soll das Verrutschen verhindern. Was ist Latex? Naturlatex oder Naturkautschuk wird aus dem Milchsaft des Gummibaums hergestellt. Der Baum wuchs ursprünglich in Brasilien, doch wird die Milch heute meist in Südostasien gewonnen. Aus der Milch entsteht ein elastisches Gummi, das als rutschhemmende Unterseite von Teppichen dient. Andere Verwendungen von Latex und Schaummatratzen, Klebstoffe, Bindemittel oder Kunststoffe. Um Kosten zu sparen, werden viele Produkte aus synthetischem Latex hergestellt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Paco Home Spielteppich. Der Paco Home Spielteppich kann in verschiedenen Formen und Größen gekauft werden. Der Straßenteppich besteht zu 100% aus Polyester, was dem Hersteller zufolge die Reinigung vereinfacht und ein Befahren oder Bespielen mit Spielzeugautos ermöglicht. Der Spielteppich zeigt einen Straßenzug in der Stadt. Es sind einige Häuser zu sehen, Verkehrszeichen und Fahrzeuge. Zudem gibt es Bäume und vereinzelt Blumen und Gräser. Der Kinderteppich soll pflegeleicht, robust und strapazierfähig sein. Er entspricht dem Standard 100 bei Ökotex. Dem Hersteller zufolge schont er mit den weichen Fasern die Hände und Beine beim Spielen. Der Rücken des Teppichs ist rutschfest, damit die Kinder beim Begehen nicht hinfallen. Paco Home rät, für eine höhere Sicherheit eine zusätzliche Anti-Rutschmatte unterzulegen. Für guten Komfort und ein geringes Verletzungsrisiko sollte ein Spielteppich eine gewisse Höhe und eine rutschhemmende Unterseite haben. Fällt das Kind hin oder kniet es lange auf dem Teppich, kann ein etwas höherer Flor den Körper schonen oder den Sturz dämpfen. Damit der Teppich nicht wegrutscht, ist ein rutschhemmender Rücken mit Gumminoppen oder Latex ratsam. Alternativ sollten die Eltern eine Matte darunter legen, die das Verrutschen des Teppichs verhindert. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Möbinex Duoplay Spielteppich. Der Möbinex Duoplay Kinderspielteppich ist 100 x 190 cm groß und 5 mm hoch, er besteht aus Polyester und hat ein Gewicht von 1250 g pro Quadratmeter. Zur Reinigung empfiehlt der Hersteller, den Kinderteppich mit einem Staubsauger von Schmutz zu befreien. Bei hartnäckigen Flecken ist eine Säuberung mit Teppichschaum möglich. Als Motiv kann entweder City oder Farm ausgewählt werden. Der Spielteppich ist ein Wendemodell mit zwei bespielbaren Seiten. Auf einer Seite ist eine große Stadt abgebildet, die verschiedene Details wie Bankgebäude, Kreisverkehre, Baustellen oder Parks zeigt. Die andere Seite zeigt eine ländliche Region mit Bauernhöfen, Kühen, Schafen, Flüssen und Feldern. Der Wendeteppich soll den Kindern mehr Spielmöglichkeiten bieten und die Kreativität anregen. Der nächste Produkt ist Andiamo Game City Spielteppich. Der Andiamo Game City Spielteppich besteht aus Polyamid, er soll robust und schrapazierfähig sein. Nach Herstellerangaben ist der Teppich pflegeleicht und hochwertig verarbeitet. Der 140 x 200 cm große Teppich eignet sich für Böden mit Fußbodenheizung. Er hat eine Florhöhe von 4 mm. Die kurzen Fasern sollen den Kindern das Befahren mit Spielzeugautos erleichtern, weil sich die Räder der Fahrzeuge weniger verfangen. Dem Hersteller zufolge bleiben Bauklötze oder Spielfiguren auf dem Spielteppich dank der geringen Florhöhe besser stehen. Der Kinderteppich ist mit einem detaillierten Stadtmotiv bedruckt und zeigt unter anderem Hochhäuser, Krankenhäuser und Bushaltestellen. Dank der Verkehrselemente wie Kreisverkehre, Zebrastreifen und Straßenmarkierungen sollen die Kinder spielerisch die Verkehrsregeln lernen. Was ist die Florhöhe? Der Flor ist die Gesamtheit der aufrecht stehenden Fasern eines Teppichs oder eines Gewebes wie Plüsch oder Sand. Die Florhöhe bezeichnet die Länge der Fasern eines Teppichs oder Gewebes. Klassische Wohnzimmerteppiche sind meist langflorig. Im Gegensatz dazu sind Spielteppiche mit 4 bis 8 mm kurzflorig. Der nächste Produkt ist Paco Home Straßendesign mit Tieren Spielteppich. Der Paco Home Straßendesign mit Tieren Spielteppich ist ein Kurzflor-Teppich, er hat eine rechteckige Form und ist 140 x 200 cm groß. Alternative Größen sind zum Beispiel 80 x 150 cm, 100 x 200 cm, 160 x 220 cm. 200 x 290 cm, 300 x 400 cm. Der Spielteppich ist mit verschiedenen Tiermotiven versehen. Daneben sind auf dem Teppich Bäume und Straßen abgebildet. Das Modell von Paco Home wird aus Polyamid gefertigt. Es ist in Herstellerangaben nach Pflege leicht und robust. Außerdem ist der Spielteppich nach dem Standard 100 bei Ökotex zertifiziert. Die meisten Spielteppiche bestehen aus Kunstfasern, die möglichst weich und flexibel sein sollten. Manche Teppiche für Kinder enthalten gesundheitsgefährdende Weichmacher, die den menschlichen Hormonhaushalt stören und die Entwicklung verzögern können. Weitere problematische Stoffe wie allergieauslösende Aufheller oder krebserregende Kohlenwasserstoffe können ebenfalls enthalten sein. Gesundheitsschädliche Schwermetalle, Farbstoffe oder Pestizide sind weitere Zusätze, die in einigen Spielteppichen vorkommen. Eltern sollten beim Kauf immer darauf achten, dass der Teppich schadstofffrei und möglichst entsprechend zertifiziert ist. Der nächste Produkt ist Stillcool Bauernhof Spielteppich. Product Description. 100% Brand New. Color, Multicolored. Size, 200 x 180 cm und 5 mm Thick. Material, Ob Plus PE Cotton. Flexible and Soft. Hygienic and Safe. Waterproof and Easy to Clean. Features. Designed specifically for growing babies and children. Baby PlayMed Provides Hygienic and Safe Floor Space for the Family with Little Ones. Babies and children can play safely on the floor, with stimulating and vibrant colors. Signs and educational elements such as Letters, Fruits and Numbers. This PlayMed is an essential part of the safe growth and development of your baby and toddler. Perfect for reducing noise and impact and providing good insulation on all floor surfaces. It protects children from hard floor coverings and protects the wrists and knees from possible bumps and injuries caused by crawling, getting up and falls. Simply lay it out in the bedrooms, rooms, living rooms, playrooms or other areas for playtimes and much more. Warning. As different computers display colors differently, the color of the actual item may differ slightly from the images above. Thank you for your understanding. Package Contents. Einmal Crawling Cushion. 100% Money Back Guarantee, 12 Months Replacement Warranty and Lifetime Technical Support. If you have any questions, please contact our customer service. Der nächste Produkt ist Paco Home-Weltkarte mit Tieren-Spielteppich. Der Paco Home-Weltkarte mit Tieren-Spielteppich ist 120 x 160 cm groß und hat eine Florhöhe von 5 mm. Der Hersteller bietet das Modell in weiteren Größen an. Der Kinderteppich besteht aus Polyamid mit einem Gewicht von 1230 g pro Quadratmeter. Das Material soll robust und pflegeleicht sein. Auf dem Spielteppich von Paco Home ist eine Weltkarte abgebildet. Damit können Kinder die Kontinente und Meere kennenlernen. Auf jedem Kontinent sind unterschiedliche Tiere abgebildet, die typisch für die jeweilige Region sind. Die Unterseite des Lernteppichs ist rutschfest, jedoch rät der Hersteller für eine höhere Sicherheit zu einer zusätzlichen Antirutschmatte. Trotz der geringen Florhöhe soll der Teppich den Kindern beim Spielen einen hohen Komfort bieten. Der Spielteppich hat das Standard 100 bei Ökotex-Zertifikat und ist schadstofffrei. FAQ lässt sich der Teppich auf einem Untergrund mit Fußbodenheizung verwenden? Ja, dem Amazon-Verkäufer zufolge ist der Paco Home-Weltkarte mit Tieren-Spielteppich für Böden mit Fußbodenheizung geeignet. Ist der Spielteppich rutschfest? Ja, laut Amazon-Rezensenten ist der Teppich rutschfest. Der Amazon-Verkäufer rät für eine höhere Sicherheit zu einer zusätzlichen Antirutschmatte. Gibt es den Paco Home-Weltkarte mit Tieren-Spielteppich in runder Form? Ja, der Spielteppich mit Weltkarte ist in runder, quadratischer und rechteckiger Form erhältlich. Eignet sich der Teppich, um darauf Holzklötze zu stapeln? Laut Amazon-Verkäufer ist der Spielteppich gut zum Bauen geeignet, da die Fasern kurz sind und die Bauklötze deshalb gerade stehen. Weniger Anzeigen Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.